Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Luba. Heute zeige ich euch mal oder erzähle ich euch, warum ich den Luba für den momentan besten mehr am Markt halte. Weil die Hardware ist die eine Sache, das können viele, aber die Software ist für mich eigentlich das Entscheidende. Das ist mir hier beim Luba seit den Anfängen des Kickstarter-Programms und nachdem ich halt auch dem Beta-Phase, also als Beta-Tester das Ganze testen durfte, wirklich bewusst geworden, welche Sprünge MyMotion mit der Software macht. Wir haben jetzt die aktuelle Software wieder drauf bekommen und auch die wurde sehr stark verändert. Es wird wirklich auf die Bedürfnisse Kunden eingegangen und es wird ständig verbessert. Es kommen ständig neue Updates und warum Luba oder MyMotion hier einen Weg wie Tesla wählt. Und was da die Vorteile sind, das erzähle ich euch jetzt. Los geht's! Im Jahr 2022 wurde auf Kickstarter der Luba von MyMotion vorgestellt und ich war auch einer der ersten Unterstützer. Und wie ihr hier sehen könnt, wir hatten mehr als 2.444 Unterstützer und die meisten kamen aus den USA und aus Deutschland. Also mit über 400 Unterstützern aus Deutschland war das die zweitgrößte Gruppe. Und das bedeutet auch, warum oder deswegen haben wir auch, glaube ich, die größte Community, die deutschsprachige Community Deutschland, Österreich, Schweiz auf Facebook. Jetzt mittlerweile mit mehr als 8.000 Mitgliedern und ja, das wären täglich mehr. Ja, auf Facebook haben wir halt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Community, die sich über den Luba austauschen. Es hat sich auch eine Tuning-Gemeinschaft gebildet. Es gibt Verbesserungsvorschläge, es gibt aus dem 3D-Drucker gedruckte Ersatzteile oder Verbesserungsteile wie Drehteller. Und ich habe das ja gleich von Anfang an mit begleitet und Tipps für die Einrichtung gegeben. Und hier seht ihr das mal aus einem älteren Video. Ich verlinke euch das Ganze auch mal. So kann man auch mal sehen, wie die Software am Anfang war. Ja, gerade so, ich habe ja diesen Beta-Test ja auch mitgemacht und das war hier so das erste, ja, Einrichtungsvideo. Und MyMotion hat in diesem Bereich sehr, sehr viel getan. Das heißt, die Software wurde ständig verbessert. Am Anfang immer erst für uns Beta-Tester. Dann, wenn dann Rückfragen oder Fehler behoben worden sind, wurde das dann für alle ausgerollt. Es wurden Wünsche mit eingebracht. Das heißt, es gab so einige Sachen, die manche gestört haben oder die nicht so perfekt waren. Auch gerade am Anfang die, ja, Sprachübersetzung. Da hat es natürlich auch gehapert. Aber man muss sagen, das hat MyMotion mittlerweile richtig gut hinbekommen. Und der Luba ist wirklich erwachsen geworden. Die Hardware wurde ja jetzt beim Luba 2 auch nochmal stark verbessert. Man hat dann halt ja auch feststellen müssen, dass einmal die großen Räder, die wir hier noch beim Luba 1 sehen, in der Anfangsphase ja nicht so optimal für den Rasen waren. Und dann wurden die Omni-Wheels eingeführt mit dem Luba 3000 als erstes und dann halt für alle Modelle. Und dann dementsprechend kam das Ganze dann noch mit der Kamera jetzt mit 3D Vision beim Luba 2, um dann halt auch die, ja, die Erreichbarkeit, wenn das Satellitensignal am Luba nicht richtig vorhanden ist, dann auszugleichen und auch die Hinderniserkennung noch zu verbessern. Und auch da, sage ich mal, hängt die Software an einigen Stellen, ist noch nicht komplett fertig. Aber das wird mittlerweile und jetzt beim neuesten Update, das gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail mal an. Warum ich auch im Intro schon erzählt habe oder am Anfang, warum ich den Luba oder die Geräte vom Luba von MyMotion mit Tesla vergleiche, ist einfach deshalb, weil MyMotion wirklich gleich von Anfang an auf viel Updates gesetzt hat. Also wir haben hier ein älteres Video von mir, das könnt ihr euch auch mal anschauen, was zum Beispiel viele Erneuerungen brachte. Und zwar einmal von der Optik her, da wurde einiges dann verbessert, was jetzt auch wiederum wieder nochmal ein bisschen verändert worden ist. Wir hatten aber auch, hier könnt ihr das mal sehen mit dem Slider, ne? Also ich habe ja hier meine, ähm, ja, Meeren nebeneinander. Das wurde im Winter einmal wieder weggemacht und kam jetzt mit dem neuesten Update wieder zurück, dass man halt quasi hinten und her slidern konnte bei den Meeren. Und ich hatte hier ja auch nochmal erklärt gehabt bei der älteren Sache, das könnt ihr hier jetzt mal sehen, wie diese ganzen Bypass-Geschichten waren. Auch das wurde jetzt in der neuen Software endlich mal ein bisschen verständlicher gemacht. Aber da habe ich es halt schon mal erklärt, weil es da halt auch alles neu eingeführt worden ist. Und, ähm, das waren halt so einige Erneuerungen. Und die größte Erneuerung letztes Jahr, ähm, war dann halt nicht nur die bessere Hinderniserkennung, ihr könnt ja das schon sehen, da hat das dann halt richtig schon gut geklappt bei größeren Objekten. Sondern, dass man halt auch eingeführt hat, ähm, dass wir die No-Go-Zonen umfahren können. Viele von euch kennen das ja jetzt aus dem Luba 2 oder die sich dann später auch den Luba 1 noch gekauft haben. Da war das ja schon mit drin. Das war es am Anfang nicht. Das wurde halt auf Kundenwunsch hinzugefügt. Das heißt, wir haben dann als Beta-Tester und auch die Community hat gesagt, Mensch, das ist doof. Ähm, der Rand an der No-Go-Zone bleibt ja irgendwo immer stehen. Er wendet kurz davor und dann wurde halt hier diese Umrandung, das Umfahren der No-Go-Zone eingefügt. Auch da mit ein paar Besonderheiten. Und zwar, dass er von außen nach innen, äh, die No-Go-Zone gefahren ist. Und, äh, auch das wurde jetzt in der neuen Software auch, glaube ich, nochmal verbessert oder wieder geändert. Also auch da hört MAMOTION wirklich ganz stark auf die Community. Wichtig ist immer für alle Luba-Besitzer, wenn ihr Fehler feststellt, wenn euer, ähm, Luba und vielleicht auch später der Yuga Macken macht, nach einem Software-Update. Ihr müsst diese, äh, Macken halt auch dann irgendwie fotografieren, dokumentieren und das MAMOTION schicken. Weil das muss man den Jungs lassen. Sie setzen alles daran, um solche Fehler dann auch nachzuvollziehen und zu verbessern. Auch was dann letztes Jahr kam, war dann das Handmähen. Das war ja am Anfang auch nicht vorhanden, ähm, dass man halt von Handmähen konnte. Auch das war ein Kundenwunsch, der wurde erstmal am Anfang komplett ignoriert. Und dann irgendwann hieß es, ja, wir suchen nach einer Lösung und die Lösung, die sie gemacht haben, läuft wirklich gut. Also, das hat man hinbekommen, dass man halt zum rechtlichen Schutz, also wie in der EU oder halt auch in anderen Ländern, gibt es halt ganz, ähm, gravierende Regelungen, wie so ein Mäher von Hand gemäht oder arbeiten darf. Und das hat MAMOTION hier dann alles in dieser App mit umgesetzt, sodass es da halt auch weltweit keine rechtlichen, ähm, Bedenken gab, ähm, wie so ein Mäher dann halt von Hand, äh, zu bedienen ist. Also das hat MAMOTION auch gemacht und deswegen halt auch hier wieder, ähm, die machen sehr, sehr viel. Okay, und das kannte ich bisher von keinem anderen Hersteller. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob, wenn ihr einen anderen Hersteller habt, ob ihr das auch so kennt, dass ihr alle paar Monate, ähm, ja, neue Updates, neue Verbesserungen bekommt. Oder vielleicht auch das, was die Community gerne hätte, ob sowas auch umgesetzt worden ist von Husqvarna, von Stihl, von Segway, wie sie alle heißen. Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Ich bin ja mittlerweile auch so weit, dass ich auch einige, ähm, Videos von mir in englischer Sprache übersetzen lasse, durch eine KI, um da vielleicht auch nochmal mehr Reichweite zu bekommen, um halt Hilfestellung zu leisten. Ähm, ich muss mich erst mal bei euch und dann meinen Zuschauern bedanken, die das wirklich so möglich machen, dass ich da halt auch wirklich den Ehrgeiz habe, euch viele, viele Tipps zu geben, um halt den Luba und, ähm, bei der Einrichtung auch besser zu machen. Also an dieser Stelle erst mal danke an die tolle Community. Und danke auch an alle, die bei der Facebook-Gruppe mit drin sind, ähm, und auch danke an die französische Facebook-Gruppe, ähm, mit der ich halt auch eng zusammenarbeite. Ihr seht, das ist jetzt erst mal nur ein kleiner Einblick in die Verbesserung, die in diesem einen Jahr Luba Mähroboter, äh, sich getan hat. Und man muss natürlich auch sagen, es gab natürlich auch ein paar Rückschläge. Es gab mit einigen Handy, ähm, Herstellern, also bei Apple zum Beispiel, gab es mal Probleme mit der App. Es gab mal Probleme mit Samsung-Handys, weil da die Software nicht abgestimmt war. Auch das wurde sehr, sehr schnell und zügig behoben. Also wie gesagt, das ist halt die große Stärke bei MyMotion. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wisst. Ähm, meines Wissens sind da auch ganz viele Entwickler dabei, die früher auch zum Beispiel auch mal für DJI gearbeitet haben. Und, ähm, da merkt man halt auch, dass da wirklich Programmierer am Start sind, die, äh, wirklich wissen, was sie tun. Und, ähm, ja, jede Software ist nur so gut, oder jede Hardware ist nur so gut, äh, wie ihre Software. Und das wird heutzutage ja immer wichtiger. Die aktuelle Version, ähm, da möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Hier seht ihr jetzt nochmal die alte Weise. Man konnte jetzt auf der linken Seite in der aktuellen, voraktuellen Version, ja nur seine Lubas auswählen und dann aus einer Liste immer hin und her schalten. Jetzt können wir halt wieder rechts und links scrollen und ihr könnt einfach weiter blättern. In erster Linie bringt die Software auf jeden Fall sehr viel optische Updates. Das könnt ihr hier einmal sehen, dass wir eine komplett neue Bedienleiste haben und halt auch das Symbol zum Aufladen, äh, hat sich verändert. Und es wird jetzt die RTK-Antenne angezeigt, wo diese steht. Das war vorher nicht so. Jetzt könnt ihr auf dieser Karte wirklich sehen, wo die RTK-Antenne installiert ist. Hier seht ihr nochmal im Schnelldurchlauf, wie die Einstellung bei der For-Software, also For-App-Installation, äh, aussah. Alles nur von den Farben natürlich ein bisschen blasser. Ihr musstet immer öfter in das Untermenü mit rein. Man konnte jetzt auch alles so einstellen. Und man hat das jetzt, äh, verbessert und zwar auf eine Seite, äh, gebracht, was natürlich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber gerade halt auch bei der Einstellung der Wochenplanung, ähm, sehr, sehr viel Erleichterung bringt. Die gesamte Planung ist jetzt auf einer Seite hochkant zu machen. Das heißt, wenn man jetzt auf die Wochenplanung geht oder ihr jetzt einfach auf das Mählen geht, dann wird automatisch dieser Plan gleich hoch oder aufgemacht. Und ihr könnt hier jetzt schon mal sehen, dass sich die Symbole, äh, verändert haben. Oben haben wir jetzt nämlich die Frequenz. Wenn ihr jetzt Einstellungen macht, könnt ihr automatisch wählen, ob ihr das jetzt wöchentlich, äh, zu einem gewissen Datum machen wollt oder einen festen Intervall. Ihr könnt das jetzt automatisch einstellen, sobald ihr einfach in, äh, euren Plan geht. Und ihr könnt dann einfach sagen, soll ich jetzt mähen oder ich möchte jetzt einfach einen Plan erstellen. Und das ist wirklich einfach geworden und finde ich noch übersichtlicher, gerade weil man dann das Handy nicht immer quer wieder nehmen muss oder noch ein kleines Fenster aufgeht, sondern man hat alles auf einen Blick. Vom Navigationsmodus, die werden jetzt durch Symbole, äh, auch angezeigt. Die Messerhöhe könnt ihr hier verstellen. Ähm, Aufgabengeschwindigkeit. Ähm, ja, ich empfehle grundsätzlich immer so um die 0,3, 0,2 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, die Navigationsmodus werden jetzt angezeigt. Ähm, wenn ihr jetzt nur die Umrandung mähen wollt, dann wäre kein Raster. Dann mäht ihr nur den Rand. Dann haben wir dann Einzelraster. Dementsprechend fährt er dann in eine Richtung. Doppelraster, das ist sehr, sehr interessant geworden. Zeige ich euch gleich nochmal. Hier haben wir den Überquerungswinkel. Also da könnt ihr dann den Mähwinkel einstellen, ähm, zu welcher, ja, welchen Grad ihr haben wollt. Ich empfehle zum Beispiel beim Einzelraster auch alle paar Tage mal den Winkel zu wechseln, damit ihr wirklich immer einen sauberen Schnitt habt. Weil wenn ihr immer den gleichen Winkel nehmt, immer dieselbe Schnittbreite, dann, ähm, fahrt ihr immer an denselben Stellen den Rasen platt. Also da ruhig mal mit dem Winkel spielen. Dann hat sich die Bypass-Strategie geändert. Und zwar wurde jetzt hier das einfach besser beschrieben, ne? Direkte Berührung, langsamer Touch, weniger Berührung oder keine Berührung. Wobei keine Berührung noch mit einem Update noch deutlich verbessert werden soll. Weil, wie gesagt, weil da 3D Vision noch nicht genauso funktioniert, wie es funktionieren soll in der Zukunft. Wo wir dann immer wieder bei dem Tesla-Bereich wären. Die versprechen schon mal was, was in Zukunft kommen soll. Funktioniert aber noch nicht. Also in two weeks. Dann haben wir, ähm, patrouillierte Runden. Einmal um den Rasenfläche und um die No-Go-Zone. Ich mache da meistens so 2-2 oder 2-1. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Dann haben wir jetzt beim Doppelraster einen ganz neuen Schnitt mit dabei. Und gibt es jetzt nämlich den Schneidepfadwinkel. Und das bedeutet, ihr habt jetzt die Möglichkeit, passt auf, Trommelwirbel, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch ein trapezförmiges Raster zu mähen. Das ist nämlich jetzt schon mal der Vorbote. Es soll ja demnächst noch ein Update kommen, dass ihr auch Muster in den Rasen reinmähen könnt. Das ist aber noch nicht freigeschaltet. Das soll jetzt noch Ende Mai wohl kommen. Also ich warte schon drauf, weil es wird schon sehr viel Werbung immer gemacht, dass es ja kommt. Und, ähm, ja, wie gesagt, a la Tesla-like, es wird kommen, aber noch nicht genau wann. Aber hier könnt ihr das mal sehen, weil wenn ihr jetzt nämlich diese Schnittwinkel dann beide auf 45 Grad stellt, dann seht ihr, habt ihr hier ein schönes Trapezraster. Das war vorher nicht möglich, wurde von vielen gewünscht. Und hier im Vergleich könnt ihr sehen, da war immer nur im 90 Grad Winkel, ähm, so das richtig möglich, aber halt nicht als Trapez. Ähm, ihr hattet halt nicht die Möglichkeit, wirklich solche schönen Muster dann in euren Rasen zu mähen. Also wie ihr da probiert dann auch gerne mal rum. Ihr habt wirklich jetzt alle Möglichkeiten und ihr seht in der Vorschau jetzt, die ja auch nach unten gewandert ist, könnt ihr das gleich vorab einmal sehen, wie eure Einstellungen sich dann auf den Mähweg auswirken. Hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande von mir, wenn ihr Zonen überlappen solltet oder habt, also mehrere Zonen aus einer Fläche zum Beispiel auch habt, überlappt sie ein bisschen. Das könnt ihr hier bei mir sehen, die fahren dann so in die Zone rein und so habt ihr dann halt auch überall den Rand, also auch bei Durchgängen. Also arbeitet so ein bisschen, dass ihr einfach den Weg in die andere Zone ein bisschen mit rein lenkt und schon habt ihr dann dementsprechend eine saubere Kante und einen sauberen Übergang. Immer so kleiner Tipp am Rande, also nicht immer an der Zone direkt aufhören, sondern überlappt das ein bisschen. So ein kleiner Funfact hier, äh, in das Video mit eingebaut. Die WLAN Antenne wird nicht für das Mähnen benötigt, also WLAN Signal wird nur benötigt für die Updates und wenn ihr den Luba aus der Ferne steuern wollt, sonst braucht ihr kein WLAN auf eurer Fläche. Nur mal so ein kleiner Check, wer sich die Videos etwas länger anschaut, weil ich bekomme immer häufig Fragen zum WLAN Signal, ob man das braucht oder nicht, wie weit das gehen muss. Ähm, wie gesagt, es wird nur für die Updates benötigt und ihr könnt auch die Updates in eurem Wohnzimmer machen, wenn ihr wollt, also wenn ihr kein WLAN habt oder keine SIM-Karte für den Luba 2. Auch wurde die Ansicht der Kamera oder das Umstellen der Kamera verändert, verbessert, hat ein etwas anderes Icon bekommen und ihr könnt jetzt auch gleichzeitig unten auf dem kleinen Bildschirm noch sehen, wo der Luba sich gerade befindet, also eine kleine Karte. Und wenn ihr da wieder drauf tippt, kommt ihr zurück auf die Karte und könnt immer hin und her schalten. Das Bild ist mittlerweile auch sehr, sehr flüssig geworden, klar von der Auflösung, das lässt sich nicht verbessern, weil da müsste man eine andere Kamera einbauen, aber diese HD-Kamera reicht auch vollkommen aus. Und so könnt ihr das halt alles komplett immer verstellen, einstellen und dann auch von unterwegs das Ganze beobachten. Ja, wenn ihr jetzt wieder auf die Kamera geht, dann wird dementsprechend halt wieder eingestellt. Wie schon erwähnt, die RT-K-Antenne wird ja jetzt auch angezeigt. Das finde ich wirklich gut, sodass man halt ganz genau weiß, wo die RT-K-Antenne installiert ist und ja, vielleicht hat man dann auch nochmal eine Möglichkeit zu schauen, ist es der ideale Platz. Die Befürchtung, dass der Luba 1 nicht mehr großartig supportet wird, hat sich nicht bewahrheitet. Das muss man sagen, also auch alle Neuerungen für den Luba 2, soweit sie technisch machbar sind, gelten auch für den Luba 1. Gerade bei technischen Produkten ist das ja besonders wichtig, wenn diese sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln, sollten diese trotzdem auch mit Updates versehen sein oder halt auch nicht gleich zu alten Eisen gehören, sondern es sollte schon so sein, dass man auch ein paar Jahre Freude daran hat und dass diese auch weiterhin supportet werden. Und das muss man sagen, hat ManMotion bislang so gemacht, weil eins ist sicher, wenn man sich jetzt einen Luba kauft, kann das natürlich nächstes Jahr schon wieder ein älteres Modell sein, weil vielleicht kommt dann schon der Luba 3. Wir wissen es nicht. Aber das muss man halt sagen, das macht ManMotion wirklich gut und supportet das Ganze auch langfristig. So zumindest Stand heute. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Software hat euch gefallen und meine Einschätzung über die Luba Software und der Vergleich. Wenn ihr einen Luba erwerben wollt, könnt ihr es gerne über meinen Empfehlungslink in der Videobeschreibung tun, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal hier bei SteelPinta. Ciao! Ciao!